heutzutage heute zusammen ich bin jetzt wieder daheim heute spielen wir wieder Landwirtschafts-Simulator 15 wir häckseln hier immer noch kräftig auf Feldnummer 111 ich glaube jetzt im dritten Teil, im vierten Teil ist egal, da müsst ihr durch und im Moment läuft es ich habe drei Abfahrer unterwegs und, äh, jo das brummt man so jetzt ja, ich befürchte fast, dass der Deutz den ich hier auch bei BG am Walzen habe das nicht packt der hat wohl ständig durch die regende Reifen der muss mich auch noch verkehrt werden oder nicht der muss mich auch noch verkehrt werden oder nicht jetzt halt auch schon wieder durch die Reifen jetzt halt auch schon wieder durch die Reifen jetzt halt auch immer länger ah, jetzt habe ich wieder geschlafen jetzt habe ich wieder geschlafen ja, jetzt ist doch wieder noch eins So, dann wäre der Streifen, der hier wäre auch Streifen, der Opa-Linus. Alles, was da noch steht, kann sonst viel machen. Ich bin gerade im Überlegen, jetzt nicht weiter reich zu bereichsen, weiter und links. Ich glaube, hier müssen wir jetzt noch weiter links, genau. Ja. Hier gibt es noch weiter links. Hier gibt es noch weiter links. Ich bin gespannt, BG1 müsste jetzt eigentlich auch bald voll sein. Bald. 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 Was weiß. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Jetzt hat er wieder durchdrehten Reifen. Ja, ich glaube auch, glaube ich. Ich glaube nämlich gleich, dass ich keine Lust mehr habe. Jetzt geht es einmal zurück. Da hinten ist ja noch dieser Streifen, die wollen wir auch gerne. Ja. Das war wirklich gleich. Da haben wir den Salat. Brauchst du Hilfe? Anscheinend. Rückwärts. Hier davor. Ja. Weiter geht's. Ja. 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 Dein Kollege ist da schon drauf reingefallen und jetzt auch. Ja. 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 Hallo. Ey du bist dran du. Äht. Hast du das nicht mitgekriegt dass du dran bist oder hab ich das gar nicht wieder. Abfahrer angestellt. Hallo, Alter. Da musst du hin. Jetzt hat er, hoffe ich. Nein. Nein, nein. Genau. Wo willst du denn jetzt wohl hin, Kollege? Du fährst an der falschen Seite. Du fährst... Es wäre jetzt schön, wenn du dich mal entscheiden könntest. Du fährst. Gott. Halleluja. Das ist ja so, es geht jetzt nicht so. Einmal rum. So, und ich hoffe jetzt, dass wir jetzt für... Jetzt können wir vernünftig arbeiten. Die größte Scheiße ist vorbei. Hätte ich bald gesagt. Jetzt haben wir vernünftiges Rechteck. So, Abfahrer seid ihr im Endeffekt und stoppt mal im Butterballet. Luft geht's. Oh. 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 Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber in Sachen Feld 111 ist dies auch der letzte Teil, den Rest noch nicht in Eure Abwesenheit zu bringen. Aber warte mal. Oh, ich lasse ihn jetzt mal alleine fahren. Ich weiß nicht, ob ich den traurig habe. Oh, ich lasse ihn jetzt mal. Und jetzt? Also kann man Oko Combine in dem Fall auch vergessen. Schade. Schade. Dann mach ich da nur weiter. Dann haben wir ja noch genug. Oh, ich lasse ihn jetzt mal. Ja, und wenn ihr euch dann jetzt wieder fragt, was macht haben, was macht haben, was macht haben, dann? Dann schau mal die nächsten Teil an, oder die nächste Staffel. Das wird denn wohl passieren, wenn ich dieses ganze Feld 111 fertig habe. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ihr habt genug Maiskäxel gesehen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Wink. Wink. Vielen Dank.